hallo freunde und herzlich willkommen auf unserem kanal tabletop stuff schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und heute möchte ich euch etwas zu der pazifik kampagne die wir aktuell spielen vorstellen und zwar ein kleines tutorial die kampagnen bücher von war die bringen halt viele zusätzliche einheiten mit sich die man halt in seinen spielen verwenden kann gegenüber halt den standard regelwerk und bieten halt auch die möglichkeit viele sachen halt auch ein bisschen zu bauen es gibt halt nicht für jede einheit die jetzt hier aufgelistet ist ein spezielles modell dafür deshalb hat man da die möglichkeit sich kreativ ein bisschen auszutoben und eine einheit die ich jetzt auch seien der japaner besonders interessant fand sind die spider holes also spinnenlöcher das ist im prinzip aus der historie gesehen dass die japaner sehr viele oder sehr starke defensive stellungen im dschungel und halt allgemein im gelände errichtet haben die halt irgendwo immer ein überraschungseffekt gegenüber den marines hatten gerade es ist halt auch dem geschuldet dass sie ausrüstungstechnik gerade in den späteren kriegsjahren halt auch nicht mehr ganz so gut dastanden und natürlich da sich ein bisschen was einfallen lassen mussten um halt die entsprechenden inseln abzusichern und dieses sogenannte spinnennetzwerk war eines davon dass man praktisch als die amerikaner halt angelandet sind sich erstmal ruhig verhalten hat stellungen ausgegraben hat löcher gänge so wie es halt auch im vietnam krieg damals gemacht wurde und praktisch den verein erstmal hat rankommen lassen die grenzen überschreiten lassen und dann erst viel später im verlauf dann ja aus diesen spinnenlöchern herauszusteigen oder kurz vorher um den feind halt möglichst gut gezielt halt zu attackieren mit entsprechenden effekt und diese spinnenlöcher sind so gesehen halt marke also man hat die möglichkeit dass sich diese einheiten halt noch mal verstecken eingraben es ist halt so diese tag in regel und die spinnenlöcher erweitern das im prinzip noch mal in dem halt so eine eingegrabene einheit sich halt mit einem advanced bewegen kann aus mit dem vorrücken befehl und wenn dieser vorrücken befehle halt innerhalb von diesen 12 zoll zu eigenen stellung beispielsweise bungern endet ist diese einheit halt immer noch eingegraben und wenn sie nicht geschossen hat sogar versteckt und das macht es halt sehr wertvoll und den gegner halt sehr schwer diese einheiten zu entdecken und zu attackieren weil die haben halt auch zum beispiel für artillerie die problematik oder der gegner hat halt die problematik dass die einheit down ist und also ohne dass man an oder da ist aus und befehlswürfel legt für ein down ist die standardmäßig halt down und wenn man jetzt noch mal ein down vergibt hat man praktisch ein doppeltes down und das ist schwierig solche einheiten dann auszuschalten und wie gesagt ich möchte euch heute einmal zeigen wie ich diese spinnenlöcher bau also was man halt dafür benötigt damit ihr das mal nach bauen können welche materialien und werde euch dann so schrittweise mal durchführen in einzelnen sequenzen und dann schauen uns das ganze jetzt mal an bis gleich ja da sind wir auch schon hier ist jetzt mal das beispiel zu sehen was ich schon vorab gebaut habe auch so so möchte ich gerne dann die restlichen drei spinnenlöcher für mein spinnennetzwerk bauen ihr seht hier im prinzip eine base die ich dann entsprechend erhöht habe um einen japaner reinzusetzen und habe das ganze halt noch entsprechend beflockt und ja noch mit einigen gimmicks halt ausgestattet was braucht ihr jetzt dafür um diese version jetzt nachzubauen ich habe mir jetzt halt 3 40 mm base rausgesucht die ich noch über hatte dann drei japaner aus der infanterie box da könnte halt ein bisschen variieren damit die halt jetzt nicht alle unbedingt gleich aussehen also unterschiedliche köpfe benutzen dann die pose halt er hier zum beispiel wirftet eine granate und zeigte auch noch hin oder ihr habt einen mit dem gewehr oder eines gibt auch diese samurai schwerte oder macheten da könnte euch auslassen auf jeden fall sieht es halt schöner aus wenn das ein bisschen variiert dann um diese ja diese wölbung diese diese sagen diesen aushub darzustellen wo der japaner halt drin sitzt verwende ich jetzt hier cork das gibt es jetzt ganz normal jetzt im baumarkt oder im bastelbedarf zu erwerben ich weiß es gerade gar nicht wie stark der jetzt hier ist ich glaube der ist ein halben zentimeter ist der hier stark das breche ich dann im prinzip aus das werde dann sehen und erzeuge praktisch dann erstmal den rohling um den japaner um ja diesen ausschub halt darzustellen das ganze werde ich dann mit strukturpaste kurz weg werde ich mit strukturpaste acryl struktur ja auskleiden oder ja 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 im prinzip ja die feinheiten dann halt raus arbeiten weil der cork ist im prinzip ja nur das grundgerüst und mit dieser acrylpaste werde ich das im prinzip die einzelnen lücken schließen und dem ganzen halt die form verpassen das gute an dieser acrylpaste ist dass ihr halt einmal diese farbe halt habt und dann ist hier im prinzip hier können das ja schon lesen grobkörnig halt schon was eingearbeitet um ja den ganzen halt die körnung zu verleihen damit das halt wirklich aussieht nicht wie was ich nur sand sondern halt ein aushub verschiedenste art ich meine wenn man jetzt irgendwo im dschungel oder im wald jetzt ein loch gräbt dann hat man ja steine drin andere sachen kleine holzstücke und so weiter und das kann man hier ganz gut darstellen das bekommt er auch überall solche sachen das ist hier aus um einen euro laden da wird das den wird er auch jeder kennen da mache ich jetzt keine spezielle werbung dafür aber das ist jetzt ja das was ich jetzt hier verwende ja wie gesagt es gibt von allen möglichen herstellern solche strukturpasten oder ganz normal im baumarkt gibt es das zeug auch und ja wie ich das dann auftrag und so weiter werdet ihr dann sehen was brauchen wir jetzt noch für unseren kameraden hier in seinem spinnloch wir brauchen natürlich hier viel beflockung viel grün tafts turf und was weiß ich nicht alles da könnt ihr euch natürlich auch austoben habe ich hier mal ein paar verschiedene sachen die ich so benutze hier also hingestellt gibt es natürlich alles mögliche mittlerweile könnte auch bei bei sascha zum beispiel im marke eigenbau werdet ihr auch alle möglichen sachen finden zum beispiel diese geschichten hier sind immer ganz interessant diese flock art die jetzt hier ein bisschen fester ist die man so ein bisschen die nicht so porös ist sondern die man ein bisschen abziehen muss und wirklich die masse oder das halt abzunehmen was man wirklich dann für sein für seine geschichte benötigt oder halt hier so ein moos und das zum beispiel habe hier in norwegen gesammelt gibt es natürlich auch zu kaufen sowas und ja verschiedene größenarten hier zum beispiel die tufts gibt es von army painter beispielsweise aber da gibt es auch etliche hersteller oder ganz normal hier so ein modellbau gras da könnt ihr euch wie gesagt austoben bei mir ist es halt relativ einfach oder für pazifik allgemein ist es halt einfach weil ja der dschungel natürlich alles mögliche an bepflanzungen anbietet in verschiedensten farben das ist jetzt nicht wie wenn man jetzt irgendwie eine europäische plattform hat dass man da jetzt irgendwie nur spezielle gräser oder pflanzenarten verwenden kann sondern im dschungel wächst ja alles mögliche in verschiedensten farben und und ja dann braucht er natürlich so um die basics das ist klar ihr braucht ein paar pinsel und das ganze dann später aufzutragen die strukturpaste beispielsweise und das ganze natürlich zu bemalen ihr braucht leim um das ganze halt festzukleben und farben ist klar habe ich jetzt nicht extra hingestellt dann natürlich so ein matt wenn ich um den ganzen dann halt abschließend ja dass die die farbe halt noch mal abzusichern dass nichts abblättert dass das modell geschützt ist da am besten halt immer was verwenden was halt nicht so glänzt da musste ich auch lange ausprobieren hier von valero dieser ja mattlack war bis jetzt für mich eigentlich das effektivste dadurch schon einige ausprobiert mit dem bin ich jetzt ganz zufrieden ja das ist im prinzip alles was ihr halt benötigt wie gesagt die farben habe ich jetzt hier nicht extra mit hingestellt das ist eigentlich klar nimmt jetzt halt ganz normal die uniformfarbe für die japaner jetzt zum beispiel von valero gibt es direkt eine uniformfarbe für die japaner ja hier für den aushub könnte diverse brauntöne verwenden und dann ist ja auch schon die beflockung dran und für die kleinen sachen wie jetzt hier die pistole oder kanaden verschiedene grün und brauntöne und mehr ist es da auch schon gar nicht was ihr benötigt es geht eigentlich relativ einfach macht spaß und ihr habt schnell ein schönes ergebnis und wie gesagt ich gehe jetzt in die einzelnen schritte und dann können das dann im anschluss mal aufprobieren so wie ihr jetzt sehen könnt bin ich jetzt einen schritt weiter habe im prinzip die einzelnen kurkelemente rausgebrochen und jetzt grob hier auf die base aufgeklebt und der nächste schritt der jetzt hier für diese zwei teile folgen muss ist dieser wo ich im prinzip jetzt das ganze noch mal in form bringe mit einem messer jetzt im prinzip hier die struktur reinbringen das alles ein bisschen feiner schneide und ja das mache ich jetzt mit den restlichen zwei sachen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier werden wir jetzt leider die Beine amputieren, beziehungsweise bis zum Oberschenkel Hier können wir hier ganz gut erkennen, wo praktisch der Oberschenkel beginnt und hier unten am Knie am besten die Beine jetzt wegnehmen Fliegen jetzt hier erstmal durch die halbe Wohnung So, das machen wir jetzt einmal mit den Kandidaten hier So, dann haben die jetzt Keine Beine mehr Und der nächste Schritt ist im Prinzip, dass wir jetzt erstmal die Kameraden bemalen So, dann kommen wir jetzt gleich mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 und es wird ja später dann noch ein bisschen abgedunkelt zusätzlich und sehr viel von der erde sieht man letztendlich dann auch nicht mehr weil dann kommt ja auch das ganze turf und allgemein das ganze grünzeug drauf von daher passt das schon ja jetzt werde ich im prinzip das ganze halt grundieren mit dieser farbe und das ist der nächste schritt und dann sehen wir uns gleich im anschluss so haben wir das ganze jetzt eben einmal grundiert einmal ringsrum das muss jetzt auch wieder sehr gut austrocknen deshalb könnte das dann erst mal stehen lassen ist immer gut wenn er halt so schritte abwechselnd durchführen könnt jetzt zum beispiel legen wir die einfach zurück lassen die wie gesagt schön austrocknen und dann kümmern wir uns jetzt halt schon um die grundierten soldaten machen die jetzt fertig geben jetzt hier die ganze grundfarbe auf die wir zu brauchen und bis dahin sind die spider ist die spinnenlöcher dann wieder ausgetrocknet und dann können wir auch dabei dabei also man kann jetzt hier schön immer abwechselnd arbeiten bleibt dann praktisch im fluss ok los geht's ok so jetzt haben wir die kleinen spider holes richtig austrocknen lassen im anschluss bin ich nochmal mit dem wash drüber gegangen ich habe jetzt in dem fall hier von army peter einfach einen soft tone verwendet der die entsprechenden lücken dann schließt und in die vertiefungen läuft und nun haben wir die aufgaben ihr seht es ja hier an dem an dem beispiel was wir schon fertig gestellt haben dass das hier alles ein bisschen heller ist der erdaushub und da werden wir jetzt einfach das ganze hier trocken bürsten und da verwende ich jetzt hier einfach ein helles braun beige braun maron beige und ja dann haben wir das ganze erst mal auf im nächsten schritt im nächsten schritt habe ich jetzt die infanteristen eingeklebt und habe jetzt die einzelnen spider holes noch mit ein paar gimmicks ausgerüstet so wie ich das jetzt hier bei dem beispiel gemacht hatte wir haben jetzt hier diverse kleine ausrüstungsgegenstände jetzt hier zum beispiel eine trinkflasche wasserflasche dann hier noch so ein kleines päckchen von der ausrüstung wo halt irgendwelche kleinigkeiten drin sind die der soldat so braucht auch hier nochmal da kann man ganz variabel vorgehen die ganzen infanterie sets bieten da ja eine menge sachen mit an die man so normal ja gar nicht alle verbaut da bleiben eine menge bits übrig hier haben wir jetzt noch mal eine magazintasche gerade für diesen soldaten weil er ja hier ein gewehr hat und auch hier noch mal ein fernglas um halt nach den feinden zu spähen oder jetzt auch hier in dem fall ein soldat der jetzt hier schon eine granate wirft und dann logischerweise sein gewehr erstmal beiseite gelegt hat und das kann man jetzt hier ganz gut praktisch über den aushub platzieren und das finde ich macht es dann auch noch mal wieder individueller nicht nur jetzt die einzelnen posen der soldaten sondern dass man hier noch ein paar gimmicks verwertet noch ein paar bits ein paar ausrüstungsgegenstände und das gibt halt irgendwie noch den besonderen flair im nächsten schritt werden wir jetzt diese kleinen gimmicks noch bemalen und wenn das abgeschlossen ist mit rorsch und was weiß ich noch ein paar highlights ziehen dann sind wir im prinzip damit der bemalung durch und können im anschluss mit der base gestaltung beginnen mit der gestaltung von dem aushub dass man das jetzt noch ein bisschen mit verschiedenen gräsern türfts und so weiter ja beklebt und das schauen wir uns dann aber am anschluss an erstmal machen wir jetzt noch die bemalung fertig und 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 Musik Wie ihr jetzt erkennen könnt, habe ich die restlichen G-Mix jetzt bemalt, also hier die kleine Tasche zum Beispiel, das Fernglas oder hier das Gewehr und auch hier jeweils die Wasserflasche und die Tasche. Und was ich jetzt vergessen habe, jetzt erfolgt nicht der Schritt mit der Beflockung, Begrünung, sondern wir müssen das Ganze erstmal hier mit unserem Lack versiegeln. Das ist jetzt der Zwischenschritt, schön auftragen jetzt auf die Geschichte und dann erfolgt im Prinzip erst die Beflockung von dem Ganzen. Und dann fange ich jetzt an, hier das Ganze mit dem Mat-Warnischlack von Valejo zu versiegeln. Musik Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt alles entsprechend mit Mat-Lack eingepinselt, versiegelt. Jetzt müssen wir im Prinzip abwarten, bis das gut durchtrocknet. Hier auf jeden Fall dann im Anschluss, wenn ihr fertig seid, den Pinsel gut auswaschen, weil wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr den Pinsel im Prinzip auch nicht mehr verwenden, weil die Wurst trocknen so zusammen oder kleben dann so zusammen. Der hat ja dann praktisch wie eine Art Lime-Effekt dann zum Schluss, um das zu versiegeln. Dann ist der Pinsel dann auch zerstört, deshalb auf jeden Fall auch einen ganz alten Pinsel verwenden, den ihr sonst auch für keine anderen Zwecke jetzt großartig noch in Gebrauch habt. Falls das passieren sollte, dass ihr jetzt nicht traurig seid, dass der Pinsel jetzt kaputt ist, da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ja, wie gesagt, das muss jetzt trocknen, dem müsst ihr jetzt ein paar Stunden Zeit geben und wenn das fertig ist, kommen wir dann zum nächsten Schritt. Okay, jetzt sind unsere Spider-Holes schön ausgetrocknet. In der Kamera glänzt das jetzt ein bisschen mehr als der Wirklichkeit entspricht, durch die Beleuchtung jetzt. Ja, auch wenn es mattlack ist, glänzt das hier immer noch ein bisschen nach, aber jetzt nicht so krass, wie es jetzt in der Kamera vielleicht erscheint. Das wird aber mit der Zeit halt verschwinden und da sieht man halt gar nichts mehr davon. Der nächste Schritt, wie gesagt, nach dem mattlack auftragen, ist jetzt im Prinzip die Begrünung. So, wie wir es eben vorhin angesprochen hatten und ja, da können wir uns jetzt aus dem reichhaltigen Sodiment dann bedienen, was man so halt hat. Wie zu Anfang besprochen, kann der alles mögliche jetzt nehmen, weil es ist ja Dschungel, da wächst ja alles mögliche an. Pflanzen, Kräutern und was weiß ich nicht alles. Da könnt ihr euch jetzt im Prinzip austoben. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Also zuerst einmal nehme ich jetzt hier diese Grasbüschel. Die sind im Prinzip am einfachsten aufzutragen. Die haben jetzt hier auch schon so eine Klebeoberfläche, die auch wirklich sehr gut ist. Da braucht man jetzt eigentlich auch nicht nochmal mit einem Leim hingehen und da jetzt irgendwie was befestigen. Man kann natürlich dann zum Schluss, wenn man alles aufgetragen hat, ja, nochmal das Ganze vielleicht mit Leim, mit so Sprühkleber am besten, der auch so aushärtet, dass keine Rückstände bleiben, nochmal drüber gehen. Damit wirklich dann nichts abgehen kann, gerade jetzt, sage ich mal, bei diesen groben Turf hier. Bei diesen Sachen, die von so einem kleinen Putzschwamm praktisch diese Struktur haben, die müssen auf jeden Fall nochmal nachträglich fixiert werden. Weil sonst, ja, hat man da eher Probleme, dass das immer wieder, wenn man diese Miniatur oder das Modell rausholt, halt, ja, dass das halt wieder immer wieder runter purzelt, abgeht, sich wieder löst. Ja, und deshalb, müsste man dann am Schluss da nochmal rüber, ah, das sehen wir dann gleich nochmal, wenn es soweit ist. Dann mache ich jetzt hier erstmal weiter. Dann mache ich jetzt hier erstmal. Dann mache ich jetzt. Dann mache ich jetzt hier erstmal auf jeden Fall. so wie ihr sehen könnt bin ich durch ich habe jetzt sämtlichen block auf die spider hohes drauf gelegt drauf gesetzt drauf geklebt wie gesagt bei dem gröberen sachen die jetzt ein bisschen steifer sind ja was heißt steifer etwas ja gröber halt in der form da müsste auf jeden fall hier ein bisschen mehr leim drauf geben ich habe auch ganz unspektakulär sonst kommt glaubt hier nur so normalen plastik kleber verwendet und das hält eigentlich ganz gut man kann jetzt hier dann im nachhinein dann noch schön was rein träufeln und das ganze noch mal irgendwie zu befestigen und wie gesagt am schluss könnte man jetzt halt noch hingehen oder sollte man vielleicht sogar dann noch mal so ein sprühkleber verwenden alles noch mal fixieren und dann ist das im prinzip fertig jetzt gehen wir gleich noch mal ins detail dann mache ich eben die kamera vom stativ und gucken uns das jetzt hier noch mal an so hier haben wir sind der nahaufnahme das sind jetzt unsere drei die wir jetzt in der session fertiggestellt haben wie gesagt die glänzen jetzt noch ein bisschen vom restlichen lack und vom kleber das trocknet jetzt aber halt noch in ruhe aus wir haben jetzt hier wie gesagt verschiedenstes flock begrünung verwendet hier diese gröberen turf materiale in zwei verschiedenen farben dann diese klebe tufts und dieses normale modellbau gras was es in allen möglichen varianten gibt und ich denke von der variation her reicht das jetzt vollkommen aus dann ist es nicht ganz so extrem und hier kann man auch noch mal gut erkennen jetzt durch die kleinen gimmicks wird das auch noch mal die szenerie hier aufgebrochen dass man noch ein paar hingucker hat das ändert sich halt auch und durch die posen der soldaten hat man halt hier auch immer wieder ein anderes modell letztendlich ja und damit sind wir jetzt im prinzip fertig mit unserem spider hole netzwerk und ja macht werde am ende noch mal ein schönes foto machen und damit soll es eigentlich gewesen sein ich hoffe euch hat die kleine anleitung gefallen wenn ihr tipps habt wie man es vielleicht noch besser effektive umsetzen kann können das gerne in die kommentare lassen oder wie ihr allgemein diese anleitung findet zwar jetzt war die erste anleitung in der form die ich jetzt gemacht habe aber ich fand es auf jeden fall mal was anderes weil man das so halt noch nirgendwo gesehen hat und ja wie gesagt durch die kampagne habt ihr halt eine vielzahl an modellen wo es jetzt nicht unbedingt halt von irgendeiner firma ein fertiges modell gibt obwohl er dann halt selber ein bisschen aktiv werden könnt und ja einfach mal was basteln das ist jetzt auch eine sache die kriegt man eigentlich relativ schnell fertig wenn man jetzt die trocknungszeiten abzieht gut ich habe mich einfach jeden abend bzw in den frühen morgenstunden kurz vor der arbeit hingesetzt und habe ein bisschen was gemacht und man hat halt relativ schnell ein schönes ergebnis und ja es macht spaß und kann jetzt für unsere pazifik kampagne eingesetzt werden da freuen wir uns schon drauf das einfach mal auszuprobieren und ja dann würde ich sagen das war's mit diesem video und wie gesagt wenn ihr irgendwelche anregungen habt oder sonstiges dann gerne in die kommentare dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss so